Hallo ihr Lieben, hier ist Ressenschen, mein Pädagogik, das ist der Video-Blog, mit Themen Dating, Beziehung und Liebe. Nochmal kleinen Hinweis auf meine neue Lesetour in der zweiten Jahreshälfte. Jetzt kommen immer mehr Locations dazu. Guckt gerne mal rein. Heute haben wir mal wieder das zeitlose Thema, Dreiecke, Vierecke, aber euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn das immer wieder kommt und gewünscht wird, dann bearbeite ich es natürlich auch gerne weiter, obwohl ihr werdet wohl nicht mehr leben. In diesem Leben, da muss ich noch mal groß was anderes dazu sagen, weil natürlich ist jede Situation speziell. Wir haben auch hier wieder so Midlife-Crisis. Und ja, ich versuche es auch mal wirklich nicht so zu besprechen, ja, dass ich verstehen kann, dass man gerade in der Midlife-Crisis und sowas reinrutscht. und wollen uns das mal angucken. Hallo Christian. Ich bin an der Tefskola und ja, schon lange verheiratet, Kinder, Ehe lieb ich schon einige Jahre nicht so toll. Für mich der größte Grund eine schon recht starke Aggressivität meines Mannes im Allgemeinen und in den letzten Jahren auch mir gegenüber verbale Schimpf-, also Schimpfwörter, der auch seit zwei Jahren keine Intimität in irgendeiner Form ist. Ja, natürlich nicht gut, ja. Vor etwa zwei Jahren habe ich meinem Mann deutlich gesagt, dass ich sehr, nee, vor einem Jahr, Entschuldigung, mein Mann zum ersten Mal deutlich gesagt hat, dass ich sehr unglücklich bin und darüber nachdenke, mich zu trennen. Von seiner Seite ist danach nichts passiert, von meiner auch nicht. Ich hatte keinen Drive dazu. Ich hatte vor einem Jahr schon mal eine Paarberatung organisiert und hatte nun das Gefühl, er müsste was tun. Und nach einer für mich weiteren schlimmen Beschimpfung habe ich ihm im Frühjahr gesagt, dass ich keine Gefühle mehr für ihn aufbringen kann und mich trennen werde. Aber das heißt, werde und will heißt, ihr seid noch zusammen, so, ne? Ich habe es auch gegen seinen Willen den Kindern gesagt. Bis heute wohnen wir aber noch zusammen und bekommen das Familienleben gut hin. Ja gut, Kinder lasse ich mal so ein bisschen aus auf meinem Kanal, weil das auch immer so super speziell ist, sage ich mal. Aber grundsätzlich empfehle ich immer eher, mit den Kindern zu reden, wenn auch wirklich irgendwas passiert, so konkret. Sonst gibt es jetzt so eine Information und gleichzeitig seid ihr aber gar nicht getrennt, so, ne? Ihr lebt ja noch zusammen und offensichtlich ist ja auch keine finale Trennung ausgesprochen, sondern, ja, aber ich verstehe schon, dann ist dieser blöde Zustand, wenn man eigentlich keinen Bock mehr hat, aber hat einfach noch nicht die Kraft, sich zu trennen. Es kann ja auch echt ewig lange dauern, ne? Wenn das alles so kompliziert ist und vielleicht Kinder hat, Besitz hat, whatever. Aber gut. Dann, wie es dann so passiert, habe ich natürlich bei einer Freizeitveranstaltung einen Mann kennengelernt. Nennen wir ihn mal Brezhnevskow. So, wir haben angefangen, uns zu unterhalten, jede Woche länger. Dann, äh, mehr Zeit verbracht, Kaffeetrinken, Spazierengehen. Das Üble hat sich entwickelt. Wir verstanden uns super, fühlten uns zueinander hingezogen. Äh, innige Liebesgefühle, Seelenverwandtschaft, Dreamteam-Vision, nächtelanges Nachrichtenschreiben, ähm, nicht nur SEX, sondern die große Liebe, sorry, bin schon fertig, schreibst du das ganze Programm eben. Also du schreibst das ja schon mit so einer gewissen, ähm, soll ich mal sagen, Attitüde, die ich auch passend finde. Also, also nichts kickt härter rein, als so verlieben in der Midlife-Crisis oder verlieben in der großen Ehekrise. Also nichts, nichts kickt härter rein. Das ist wirklich, als wenn du an knochentrockenes Stroh irgendwie, ähm, ja, mit Benzin übergießt und dann Feuerfackel reinschmeißt, da ist Licht hallo. Und das heißt auch überhaupt nicht, dass du dich in den Aufwand liebt hättest, wenn das jetzt nicht so wäre. Man ist einfach, äh, man hat kein gutes Energieniveau, man ist ausgehungert, in jeder Hinsicht und dann, ähm, ja, greift man so das Stück Holz, was da vorbeischwimmt an der Titanic, sag ich mal, und versucht sich da drauf zu retten und, ähm, ja, und also nichts kickt härter rein, als so verlieben in der Midlife-Crisis. Also es ist wirklich, äh, aber das heißt nicht, dass es, also ich, wie gesagt, ich will auch gar nicht werten, was passiert. Ähm, vielen passiert es auch, bevor sie sich getrennt haben. Also optimal ist das natürlich nicht so, ne, weil es macht, äh, kann Trennung einfach noch viel messier machen und kaputter machen und, ähm, noch mehr Porzellan zerschlagen, äh, man hält die eigene Spielfläche nicht sauber und, 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 und. Muss ich leider immer wieder sagen, auch wenn es natürlich menschlich ist. Und du einfach, ähm, ja, Zuwendung suchst wahrscheinlich irgendwo auch. Und meistens geht es ja auch um die Zuwendung oder dieses Gehörtwerden und dann kommt das Körperliche so quasi dazu. So, ähm, er ist natürlich unglücklich verheiratet. Und, äh, also ich mag diesen ironischen Ton, weil wir wissen es nicht. Also, ich meine, sorry, du kennst ihn bestimmt natürlich jetzt besser als ich, ne, deinen neuen Freund, sag ich mal, den Brezhnevskolov. Aber, ähm, ja, nur was jemand sagt, vielleicht weiß deine Frau gar nichts davon, dass er unglücklich verheiratet ist, ne. Äh, also da sind Männer natürlich noch zurückhaltender, das zu adressieren. Und, ähm, also ihr seid in einem Viereck, ne. Sorry, das sagen zu müssen. Und da kann man sich jetzt noch so viel schönreden. Und das ist halt, abgesehen davon, dass es nicht fair ist, finde ich. Aber gut, man ist natürlich wie blind dann auch. Ähm, es ist auch, wie gesagt, das Potenzial, dass es einem sehr schlecht geht und das noch mehr kaputt geht, so, ne. Ähm, sie hat irgendwelche psychischen Macken und er kümmert sich hauptsächlich, um sein Kind. Also die Erfahrung hat mir gezeigt, diesen speziellen Fall kenne ich natürlich jetzt nicht, dass man sowas nicht immer glauben sollte. Also wie viel, also wenn ich für jede Geschichte, wo, wo irgendjemand geschrieben hat, äh, ja, ich bin unglücklich verheiratet und wir haben keinen, keinen Sex mehr und meine Frau hat psychische Probleme. Und, äh, wenn ich dafür jedes Mal, wo so eine Geschichte nicht gestimmt hat, einen Euro kriegen würde, wäre ich wahrscheinlich echt ein reicher Mann. Ähm, also, also ich vermute mal, dass seine, das ist jetzt nur meine Vermutung, einfach aus Erfahrungsgründen, dass seine Frau ganz normal ist und gar nichts davon weiß, dass es irgendwelche Probleme gibt, konnte irgendwie viel wetten, ey. Aber gut. Ja. Ja. So, ähm, und was man hier sieht, dass eben, was eben häufig passiert in solchen Affären, äh, dass die Liebessucht voll reinkickt, ne, ist ja kein geerdetes Kennenlernen irgendwie, ne, sondern, ja, dieses fast manische, sag ich mal, also, ganzen Tag schreiben, ganzen Tag drüber nachdenken, aber, ja, kennen bestimmt viele. Ähm, so, also manisch natürlich jetzt so als Alltagswort gemeint, so. So, also er ist unglücklich verheiratet, alles klar. Äh, das war auch der Grund, auf dem man sich nicht trennen würde, beziehungsweise erst in x Jahren, wenn das Kind halt gelohnt. Warum sind diese Geschichten immer fucking genau gleich? Ich, Leute, ich kann das nicht mehr hören, das ist immer das Gleiche, ey. So genau haben wir das nie gesprochen, haben immer im Moment gelebt, wir hatten schon genug geredet, dass die Position klar war, erstmal keine Trennung, ich, aber ich möchte mehr als eine Affäre. Ja, das ist ja die klassische Konstellation, die es wahrscheinlich jetzt, gerade in diesem Moment in Deutschland irgendwie 20 Millionen mal gibt. Ähm, und, ähm, ja, also meiner Ansicht nach ist das, ich weiß es nicht, aber hoher Gefahr von Future-Faking, weil das ist immer das Gleiche, dass man das Schöne mitnehmen will, ohne die Konsequenzen zu tragen und, ähm, ja, dass man Menschen betrügt irgendwie und, aber die Konsequenzen, dass man sich dann trennt, die will man eben nicht ziehen, weil das mühsam ist so, ne, oder weil die Höhle dann weg ist oder ich weiß nicht was. Ähm, und ja, du akzeptierst es und, also ich könnte wirklich, weiß ich nicht, das Gefühl, ich könnte, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie 1000 Euro drauf wetten, dass, ähm, das wird nie passieren so, ne. Wirklich, also, zumindest sehr wahrscheinlich nicht, natürlich ab und zu passiert es natürlich schon mal, aber dann gehen die Affären häufig, sehr häufig trotzdem auseinander, habe ich ja auch schon diverse Videos so gemacht, also, naja. Aber dieses ganze Drama, ich kann euch nur raten, guck mal in den Dramakurs rein, ich werde den auf jeden Fall jetzt heute mal auf den Normalpreis setzen, habe ich immer noch vergessen, aber, ähm, Drama überdeckt natürlich das ganze Unglückliche, was man hat und als Schattenmann, dass man das so angeht und sich dann überlegt, okay, so raffe ich mich mal auf, wir machen was jetzt, trennen wir uns, äh, bringen wir unsere, kann ja auch, gibt's manchmal, sich Paare trennen und wohnen trotzdem noch zusammen, weil das wirklich ausgesprochen ist, durchgezogen ist, ähm, aber ich kann eigentlich nur mal zur Klarheit raten, so, ne, aber das ist hier ist natürlich Alltag, ne, das passiert so oft, ne. Äh, die körperliche Affäre begann mit einem ersten Kuss, äh, und endete zwei Monate später. Die Verbindung von Liebe und Aussicht auf Jahre in diesem Zustand haben das, was es nicht gibt, es wird nicht Jahre in diesem Zustand geben, das kann man gar nicht durchhalten, selbst wenn ihr jetzt und heute zusammenkommen würdet, würdet ihr euch trennen, also erstmal wird's wahrscheinlich nicht lange halten, schon gar nicht wird's in diesem, äh, in diesem Limerence-Zustand bleiben, in dem ihr jetzt seid, also diese krasse, extreme Verliebtheit, äh, noch würden nicht neue Probleme auftreten, das funktioniert nur in so einer Blase, so, ne, was ihr da jetzt macht, ne. Ähm, haben dazu geführt, dass es mir fürchterlich schlecht ging, physisch, äh, und auch psychisch, ich vermisse ihn unendlich, wenn wir nicht zusammen waren, Alltag war unmöglich, jeder sah, dass es mir schlecht geht, es gab, ja, das ist die, also ich würde jetzt immer sagen, es ist die Liebessucht, ne, es ist, passiert dann halt, ne. Es gab schon Sachen, die mich gestört haben, die habe ich aber gekonnt, ignoriert, oder auf die allgemein stressige Situation geschoben. Zum Beispiel nur eine Nachricht, aber keinen Anruf geschenkt zum Geburtstag, ne, es ist nicht dein, also verstehe ich, ist auch legitim und auch sicherlich richtig, das wahrzunehmen, trotzdem ist es nicht dein Freund, so, ne. Äh, dann, äh, wollten wir zusammen wegfahren und eine Nacht verbringen, kurz vor habe ich die Sache beendet, weil ich den Gedanken an die Tage nach der Reise nicht ertragen konnte. Ich schrieb ihm einen, die Tage vor der Reise, dass es mir schrecklich geht, der antwortete mit allem, ich liebe dich und endlich, und weiterem aber auch mit, er sagt die Reise ab und hofft, dass wir noch weiterhin spazieren gehen werden. Ja gut, was soll er da auch machen, wenn du es nicht willst, ne. Das war für mich die Beschädigung, dass er sich nichts Ernstes mit Zukunft wünscht, ich fühlte mich zerbrochen. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht so richtig, aber das ist, glaube ich, auch einfach dieser haltlose Zustand, in dem ihr da jetzt seid, ähm, oder du zumindest, wie jetzt alles rein interpretiert wird, aber ich meine, du hast es ja abgesagt, ne. Du kannst ihm jetzt da nicht einen Vorwurf machen, dass er es auch nicht will, so, oder dass er es dann absagt, was soll er denn machen, soll er alleine denn fahren. Daraufhin schrieb ich eben, ich habe mir so viel mehr gewünscht, dass ich mein ganzes Leben geteilt hätte, und am Ende, dass mir das geliebte Rolle nicht reicht, daraufhin kam keine Antwort. Gut, also offensichtlich beziehst du dich ja auch auf, ähm, ein fundiertes Wissen, dass er sich nicht trennen wird, und das sehe ich auch so, und insofern ist ja auch alles korrekt, und dass er darauf nicht antwortet, spricht ja auch Bände, ne. Hätten wir fertig sein können, dann wäre es ja langweilig, aber wahrscheinlich sagst du, er kämpft ja gar nicht um mich, und ja, er kämpft nicht um dich, korrekt, ne. So, dann bei eurem, äh, Freizeitevent, wo euch da begegnet seid, ähm, habt ihr euch natürlich wieder gesehen, so kommst du natürlich da nicht raus, wenn du ihn mal wieder siehst, und da habe ich trotzdem von ihm Sachen gehört, wie schade vielleicht im nächsten Leben, ja, was, warum sagt er das? Ich, ich meine, ich will ihm da jetzt gar nichts unterstellen, aber er will dich einfach in die Kiste kriegen, und, äh, ja, und ich bleibe jetzt weiter mit dir, und, ähm, was, was, äh, es ist für mich was, vielleicht im nächsten Leben, das ist einfach nur weiter teasern, antickern, äh, damit die, die eure bisschen, ähm, wie soll ich mal sagen, Zweifel, also, na, ich will das gar nicht werden, eure Geschichte weitergeht, er will einfach, dass es weitergeht, ohne, ohne Verpflichtung, ne. So, die Milch trinken, aber die Kuh nicht kaufen, hätte ich fast gesagt, ähm, so ein englisches Sprichwort, also, jetzt, ähm, und, ähm, ja, also nicht, dass ich jetzt Frauen mit Kühen vergleiche, also, es ist einfach so ein englisches Sprichwort, ähm, aber, ähm, ja, und deswegen, weil man diesem Gequatsche, äh, so anfällig ist, sollte man, ähm, das auch, äh, also, musstest du eigentlich einfach auf Null fahren, ne, sonst kommst du aus dieser Verliebtheit halt auch nicht raus, und, äh, äh, und er will dich immer so weiterquatschen, bis du dich wieder mit ihm triffst, so, ne, ähm, vielleicht im nächsten Leben, ja, aber, so, äh, was soll das, ne, wie gesagt, ich will ihm jetzt gar keine Bosheit unterstellen, er macht halt, guckt halt, wie weit er noch kommt, so, ne, so, was sagt man dann halt, ne, um einfach das so am Laufen zu halten, ne, also, gut. Was hat er noch Lustiges gesagt, äh, wenn wir nur weggefahren wären, hätten wir Zeit gehabt zum Reden, ja, es geht ihm bestimmt ums Reden, äh, ich hab mich schon nach Wohnungen umgesehen, unsere Kinder hätten sich so gut verstanden, wenn sich bei mir in den nächsten zwei Wochen was ändert, bist du noch da, ich wünsche, meine, äh, Frau wäre gar nicht da, ja, dann, äh, da war das, um Future-Faking zu demaskieren, dann sag, dann kannst du auch sagen, ja, dann trenn dich doch, ne, wenn du dich trennst, trenne ich mich auch, und, äh, und dann miete auch eine Wohnung an, bin ich dabei, ne, und dann wirst du feststellen, dass nichts passiert, also, es ist meine durchgängige Erfahrung, es wird nichts passieren, äh, aber, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir, wäre es bei dir anders, aber sowas kannst du, also, er tut jetzt so, für mich ist es, wahrscheinlich kannst du nicht beweisen, es ist Future-Faking, also, äh, dann soll er es doch machen, soll er sich doch trennen, ne, also, da würde ich eiskalt sagen, ja, mach doch, trenne ich doch, miete auch eine Wohnung an, und dann bin ich da, ja, trotzdem würde es zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht halten, also, das ist einfach das Erfahrungswert, ne, ähm, zusammengenommen sagt er, ich liebe dich unendlich, du bist meine Traumfrau, du bist mein den Honig, gebeideter Schmetterling, du bist der versunkene Schatz im Meer meiner Seele, nein, steht jetzt nicht, ich denke jeden Tag an dich, aber weil du mir vor drei Wochen geschrieben hast, dass es dir schlecht geht und es beendet hast, wobei ich finde, er das mit seiner Antwort darauf beendet, ja, du hast so eine Grenze gezogen und er hat es dann beendet, weil er gemerkt hat, dass du mehr willst, so, ne, und wenn wir nicht zusammen weggefahren sind, können wir jetzt nicht zusammenkommen, also, das finde ich, das finde ich schon ein bisschen Gaslighting-mäßig, wie gesagt, Gaslighting ist einfach nur eine Strategie, machen wir alle ab und zu, aber das ist so, weil du jetzt nicht mit mir weggefahren bist und wir uns die Seele aus dem Leib gevögelt haben, irgendwie, was ich eigentlich wollte, äh, deshalb kommen wir jetzt nicht zusammen, nein, ihr seid, ihr seid nicht weg, es ist genau andersrum, ihr seid nicht weggefahren, weil ihr nicht zusammenkommen könnt, weil ihr das nicht will, ne, so ist es doch. Jedüber habe ich mir geschworen, gar nicht hinzugehen, aber ich habe es bisher nicht geschafft, das Schlimmste kam diese Woche, da sagte er, wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich vieles anders machen, wenn ich mich das nächste Mal so verliebe, mache ich es anders, ja, das ist einfach nur, sorry, das ist einfach nur gelaber, ey, jetzt bin ich bereit dafür, ja, sagst du, trenne dich doch, trenne dich doch, aber trotzdem nicht die Aussage, ich bin soweit, ich möchte mit dir zusammen sein, ja, weil das einfach keine Basis hat, das ist einfach gelaber, ich war zerstört, ich fühle mich so dumm, weil ich immer wieder hingehe und mir den Scheiß abhole, ich musste nicht dumm fühlen, das ist, für mich ist es Liebessucht, wie gesagt, gibt ja auch immer, ich weiß schon, da kann es einem sehr schlecht gehen, da kann man sich auch immer vor Ort auch Unterstützung suchen, ist ja klar, muss ich ja nicht mal wieder sagen, und, aber, also die, ich meine, ich mache diese ganze Arbeit ja auch nur, weil ich auch vieles kenne, und es war schon ein bisschen länger her, aber, ich weiß auch, dass ich in Situationen war, wo ich diesem Gequatsche vom Gegenüber nichts entgegensetzen konnte, obwohl man genau weiß, das ist einfach nur Gelaber, und, aber ist so dieses, dieses blumige, für mich schon, heute ist für mich diese blumige Sprache schon eine fucking Red Flag, so, ne, dieses Gesülze und, ja, aber wenn keine Taten folgen, ne, aber, wenn man so akut liebessüchtig ist, bist du diesem Gequatsche, hoffnungslos ausgeliefert, also du darfst da eigentlich nicht wieder hingehen, ne, muss man, wenn du da raus willst, wenn du willst, dass es dir besser geht, ne, musst du auf nur Kontakt gehen, meine Meinung, und, kannst du mal Modul 0 reingucken, Modul 1, und was weiß ich, aber wie gesagt, wir müssen ja jetzt gar nicht so einen riesen Fass aufmachen, du bist einfach lange unglücklich wahrscheinlich, Ehekrise, Midlife-Crisis, und, dann passiert das ganz schnell, ne, aber ich würde die Sachen jetzt echt mal aufräumen und wirklich mal überlegen, was, was will ich jetzt eigentlich, und ich kann euch immer wieder raten, führt keine Dreiecksbeziehungen, führt keine Dreiecksbeziehungen, es endet immer, fast immer so, deswegen, wenn mein Rat beendet das, beendet das, und dann kannst du ja, und dann, äh, mach mal einen Haken dran an deine Ehe, oder so entscheide ich dafür, oder dagegen, was weiß ich, oder mal, ne, also dafür entscheiden kannst du dich ja scheinbar nicht, dann, ja, äh, bring dein Leben in Ordnung, und dann kannst du ja auch neu daten irgendwie, und dann date Leute, die auch sind, ne, das ist mein Rat, ne, so, ähm, aber man muss sich nicht dumm fühlen, dass, so, so, dass da oben dieses Liebessuchtszentrum ist so stark, das hat die Natur so krass gebaut, weil die Natur wollte, dass wir uns fortpflanzen, ähm, weil die, weil wir auch, das ist einfach Fakt, wir haben auch so ein Fremdgeh-Sexual-Strategie, und ist, wie es ist, ne, äh, aber man muss sich nicht dumm fühlen, ne, ist von außen auch immer so leicht zu sagen, mach doch dies, mach doch das, aber, es ist halt aber schwer, aber besser gehen wird es dir erst, wenn ihr keinen Kontakt mehr habt, ne, das kann ich auch immer sagen. So, weil ich tatsächlich immer noch Hoffnung habe, die Hoffnung stirbt auch nicht, weil, die hält er am Leben mit diesem Gequatsche, ne, und er denke, ich müsste doch mal um uns, das, ich denke, ich müsste, er müsste doch mal um uns kämpfen, ja, das tut aber nicht, ne, wenn er mich so unendlich liebt, absolut korrekt. Ich quäle mich selbst, ich habe diese große Liebe, habe ich jetzt diese große Liebe mit Brezhnevsgelov verloren, weil ich jetzt nicht länger in diesem Horror ausgehalten habe, ne, ich sehe keine große Liebe, ich sehe einfach nicht, ich weiß, das kommt einem immer so magisch vor, weil das Dopamin so reinballert, und alles, äh, einhüllt, aber ich sehe einfach nur, äh, eine Affäre, einen Mann, der, sich ein bisschen Spaß nebenbei sucht, du natürlich, du suchst dir mehr, aber auch nebenbei, und, ähm, und du hast gemerkt, dass es dir nicht gut tut, weil es zu nichts führt, ne, und keine Basis hat, und, äh, hast richtigerweise dich dagegen entschieden, und die, wo dir hier eine große Liebe ist, wenn er dich doch so liebt, dann wäre es doch ein leichtes, sich zu trennen, das wäre auch ein Klacks, also, ich erinnere nur wieder an, an dieser Stelle an Prinz Harry, der angeblich sich ja irgendwann jetzt, äh, scheiden lässt, es gibt's gut, aber es sind nur Gerüchte, aber er hat das Land verlassen, er hat die Krone verlassen, er hat seine Familie verlassen, für eine Frau, und, ähm, was nicht Menschen alles tun, ne, Menschen wechseln ihre Region, den Kontinent, alles, äh, für die Liebe, und was macht er, er kann sich nicht mal trennen, ne, Habe ich einen falschen Move gemacht? Ne, absolut nicht, also, ich denke, du spürst, dass du da raus musst, und das kann ich eigentlich nur unterstützen. Alles passierte kurz nachdem, gleichzeitig während ich mich zu Hause trennte. Ah, das finde ich gut, dass du das jetzt angehst, und wie gesagt, ich bin, ich bin nicht, mir ist nichts mit Menschliches fremd, und dass, äh, Trennungen manchmal messy sind, und auch einhergehen, dass da irgendwie schon jemand anders, also, wenn man sich dann auch wirklich trennt, wenn man sieht, boah, ich bin so offen für andere, dann, dann ist ja auch gut irgendwie, und das finde ich gut, das finde ich gut, echt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sehr das eine das andere bedingt hat. Ja, manchmal braucht man einfach, äh, braucht man so einen Botschafter, wie ich das immer nenne, ich sage immer, eine Affäre ist auch ein Botschafter, der sagt, bei dir läuft was, gehöre ich falsch, du bist unglücklich, so, ne, und deswegen finde ich gut, dass du die, du musst ihn ja nicht weiter sehen, aber dass du diese Botschaft aufnimmst, und, aber du solltest dich bloß nicht auf ihn, dich wegen ihm trennen, das wolltest du auf gar keinen Fall, weil da, das sehe ich überhaupt nicht, dass er sich in 100 Jahren trennen wird, also, äh, hätte ich mich nicht so schnell getrennt, wäre Brezhnevsklov nicht da gewesen, ja, kann sein, aber, äh, offensichtlich lag das ja eh in der Luft, ne, wenn ich das richtig verstehe. als es mir nicht so gut ging, wurde mein Mann besonders nett, ja, das ist auch, höchst, normal, äh, nicht immer, aber, ja, er half, wo er konnte, er trug meinen Zustand, und fragte, wie er mir helfen kann, er weiß immer noch von nichts, er möchte mich zurück, und ist bereit, eine Paarbehaltung zu machen, ja, aber da wirst du die Karten aufdecken müssen, also, eins kann ich dir sagen, aus, aus, ähm, jahrhundertelanger Paarerfahrung, äh, Paartherapieerfahrung, äh, wenn du in der Paartherapie die Sachen nicht auf den Tisch legst, wird auch die Paartherapie, glaube ich, nicht viel nutzen, und, also, da müsstest du dich zu bereit machen, so, ne, vor allen Dingen wird sie nicht viel nutzen, solange du noch verknallt bist in den anderen, also, man kann dann schon anfangen, aber muss das andere dann auch wirklich beenden, so, äh, sonst, nothing beats the fantasy, ne, wissen wir ja, habe ich vielleicht den Wert unserer Ehe unterschätzt, während es mir am schlechtesten ging, habe ich mich ertappt, dass ich die Medien meines Mannes gesucht habe, bedeutet das was, na, kann ich schlecht sagen, also, das ist, du suchst halt, äh, also, dein Mann, bist ja nicht liebessüchtig zu deinem Mann, so, und offensichtlich habt ihr ja auch noch ne, ne Ebene, und dir ging es nicht gut, und du suchst da die Nähe, ja, ne, bin ich selbst mal ein Problem, habe ich eine Midlife-Crisis, ja, das ist schon das, was man typischerweise so mit Live-Life-Crisis sieht, und, ähm, ja, dann schreibt es noch, ich bin durcheinander, und weiß nicht, wie ich klar, ich bekomme aus, dann würde ich gerne Denkanschlüsse von außen, und dann da ich permanent nur meine eigenen Gedanken höre, ja, also, ich denke, es wäre vielleicht Zeit, mal die Karten auf den Tisch zu legen, dass alle wissen, das ist zwar nicht schön, aber dass alle wissen, wie sie dran sind, es sei denn, dass du, man, du hast ja auch was von Aggressivität geschrieben, dass du Gründe hast, das nicht zu tun, so, ne, also, das musst du natürlich letztlich wissen, aber, ich denke, diese Situation, also, nur, weil dein Mann jetzt mal nett ist, ich meine, du kennst deinen Mann besser, äh, ist natürlich häufig so, dass wenn die Krise vorbei ist, äh, dass die Menschen dann, dass es dann wieder so ist, wie es vorher war, so eben nicht nett, so, ne, und, also, für mich klingt das so ein bisschen so, als wenn da, irgendwie schon, eure Ehe eine ziemliche Ruine ist, aber natürlich, könnte man theoretisch, nochmal ein paar Beratungen probieren, nur, wie gesagt, so eine Affäre aufzudecken, kann ja auch, ähm, würde ich normalerweise immer zu raten, aber es gibt natürlich manchmal Situationen, wo, wo das, ähm, dann noch mehr Messi wird, irgendwie, also, das musst du für dich gucken, aber wenn man so, mit Geheimnissen in eine Paartherapie geht, ist auch schwierig, irgendwie, und, ähm, sonst theoretisch, ist immer die Frage, liebst du deinen Mann noch, liebt er dich noch, dann kann man natürlich Paartherapie machen, aber da muss man irgendwie auch mal wieder, sozusagen, ähm, reinen Tisch machen, und, äh, natürlich musst du das beenden, kannst du den nicht wiedersehen, kannst du wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr zu dieser Freitagsveranstaltung gehen, so, ähm, bis du aus dieser Liebessucht zu dem wieder raus bist, zumindest, und, ähm, ja, also schwer zu raten, aber es wirkt für mich schon so, als wenn, eure Ehe schon sehr weit runtergekommen ist, aber letzten Endes, ist es auch nur eine Mail mehr, kann ich dir jetzt auch nicht zu sagen, war sicherlich eine gute Idee, sich da, gegebenenfalls, auch, äh, vor Ort noch, Unterstützung zu suchen, in diesem Sinne, könnt ihr auch gerne, schreiben, was ihr dazu denkt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, und, äh, wir sehen uns bald wieder, schau ihr Lieben. Musik, dass du in der Nähe drinste tun hast, aber auch nicht zu tun hast, wenn du es nicht erinnert, wenn du in der Nähe drin hast, wenn du in der Nähe drin hast, dann, dann. Untertitelung des ZDF, 2020